ja jubilei ich glaube meine mk14 war eine schlechte wahl also mk46 selbstwiederbelebung ja mk36 auch scheiße ja ich hab's nicht überhaupt geholt ja ich hab 5 kills mit da gemacht einfach so eine waffe geholt wie im bühne läuft einfach immer stochengewehr schau mir mal eine scarlight warte er hinter dir oh oh ich höre mal kurz selbstwiederbelebung scheiße ich halte hier schon auf trap links jo schnell 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 mit der guten alten scarlight ja so ja der eine ist hinter mir doch war fast krepiert dein glück hab ich jetzt mal wusste ich messer den jetzt weg ja ich bin jetzt gleich tot hab ich mir besser ne das schaff ich nicht ne 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 wot ne joh ne 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 Nein, was denn? Jetzt noch! Wo kommt denn der Heddy auf einmal her? Mann, Scheiße! Hast du selbst wieder Belegung? Ja, aber ganz langsam. Hast du selbst wieder Belegung? Ja, jetzt hab ich's wieder! Oh, Gott sei Dank, ey! So, jetzt haben wir bloß noch... Oh, Vorsicht! Hier, guck mal, wenn du in die Clamour rein rennst, gleich weiter rennen! Naja, ich hab nicht gedacht, warum die Clamour bei mir nicht hochgegangen ist. Ähm, was machen wir jetzt bezüglich Heddy? Warte, ich versuch mal ne... Nee... Na doch! Warte, brauchst nicht auf den Riesen! Einfach ablenken! Äh, da war kein... Klapp doch! Sag mal, wo renn ich da überhaupt noch hin? Na, für die Jocker-Notes! Stimmt! Da ist jetzt Musik vorbei! Musik alle! Musik alle! Ja, wo wollen wir eigentlich lang? Ich hol mir mal Claimers! Du musst selbst wieder Belegung? Hihi! Hab mir jetzt mal Claimers mitgemacht, muss ich hier N drücken! Dann auch gleich Q drücken! Oh ne, werf ich ja Flash! Ich bin auch n Sch... Bast ey! Ich hab Flash-Granaten bei und werf die nicht! Kann man hier Glitzschu... Bzw. willst du einen Mega-Sprung? Geht das? Kampf-Umschrauber, ich hol den Kampf-Umschrauber-Mounter! Ach du Dicke-Sei! Wo ist der Heddy, wo ist der Heddy? Da ist er! Ja, auf mich in your face, motherfucker! Oh, ist hier vier Hunde gekommen! Oh oh! Er frisst ein ganzes Scarlet-Magazin! Die frisst ein ganzes Magazin! Eko, ich werf mal ne Flash! Ja! Mal uns ein bisschen helfen! Oh, ich hab grad einen mit der Flash ungenatzt! Geh mir aus dem Weg! Oh oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh oh! Die ist einfach mal rein in die Masse! Denk die mal ein bisschen ab! Scheiße! Das ist der Kackhund! Eeeh! Oh mein Gott! Oh, der hat einen Sprengsack! Hilfe! Oh! Ich messer ihn! Ab! Ich komm! Bring him! Bring him! Bring him! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Oh! Alter! Ich bin le 24 ey! Ey, die lassen die aber auch echt keine Chance! Ne, überhaupt nicht! Du bist ja sowas von am Arsch! Also richtig im Arsch! So, warte mal! Ich wollt mir jetzt mal wieder... ...ne Schutzweste holen! Und endlich mal ein Geschütz! Der wird bereits zum Einsatz! Das war jetzt auch lange gedauert mit dem Geschütz! Am besten stell ich das mal so hin, wa? Oh, ja! Etwa hier rauf! Oh, wir brauchen noch ein bisschen Munition! Und wieso geht die Zeit so schnell runter? Mein Gott ey! Och Junge! In jeder Runde! Ich hab nicht! Warte mal, ich brauch mir jetzt mal ein paar Claymots hin! Gar nicht viele rote Punkte! Das ist voll dumm, wo wir stehen! Aua! Oh, oh! Mein Geschütz ist im Arsch! Ey! Wir haben mein Geschütz kaputt gemacht! Also ich mach die andere Seite! Dann geht's weiter! Eindruck sind die, die sind hier vielmein... Aua, scheiß Flugzeug! Schießt auf mich! Oh, ein Hund! Der Hund! Füllt ein Messer! Oh! Da schießt einer auf mich! Ah! 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 Wir sind zurück hier am Arsch! Ah! Mund! Ah! Ach! Geh weg, geh weg da! Die sind hier überall! Ich hab keine Blankgranaten mehr! Der Heddy, der schießt auch scharf! Hilfe! Oh mein Gott! Einfach mal so boin hin, schnell! Einfach... Aua! Aua! Nicht ins Gesicht! Aua hinter uns! Ey, die fressen viel zu viel! Alter, ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Ich bin fast tot! Aua! Ich hab den vielleicht ins Gesicht bekommen! Ich bin fast tot! Geh weg! Oh, bin tot! Aber ich hab die Double-Lebung! Keine Sorge, ich hab die Double-Lebung! Ja, gut! Ja, gut! Ja, und bin echt wieder tot! Ey, weil der auf mich einschießt! Weil ich... ...däumen bin! Meine... F... War's das? Ja, das muss doch der Heli! Oah! Mein Lieber! Sorry! Lol! Warst du das? Ja, das war die Claymore! Mein Gott, ey! Fehler! Warte, ich helfe dir! Ah, super! Alter! Ich muss den Perk neu kaufen! Alter, war das grad wieder ne Aktion hier! Das können doch auch nur wir! Ja, Mann! Wie ein Multiplayer! So, Blendgranaten! Steps-Wiederbelegung! Schutzweste und ich bin arm! Wollen wir jetzt nicht mit langsamen Kreis oder so laufen? Ich... Ich hab immer hier... Awohl! Das muss ja auch mal langsam mal ein Ende haben! Ja, irgendwie schon! Weil wir können ja nicht schlecht bis Welle 500 zocken! Und das ist auf jeder Map dann! Wie viel Claymore denn noch? Na, einfach so! Damit die hier nicht so nahe ankommen! Achso! Aber das kommt doch schon an uns! Haha! Oh nein! Ich hab nicht mal gehabt ne Predator! Und Wunde! Und Wunde! Oh nein! Lass uns im Kreis laufen oder versuchen... ... bisschen auszuweichen, Nico! Ich höre kurz ein paar Predators! Oh! Oh! Kritter! Was ist das selbe? Ey, die sind alle bei dir, Mann! Ver... Patz dich da! Warte! Predator-Rakete zum Einsatz bereit! Warte! 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 Einfach weg da! Einfach weg! Hast du in die Masse gehauen? Ja! Ey, ich höre die lauter Claymars klicken, ey! Oh, das ist Juggernaut! Ja, ja! Merk schon! Irgendwie sind die alle wie Juggernaut! Oh, der scheiß Köter, ey! Kommt der da hochgejumpt! Über das Auto! Na, das ist immer schön im Kreis! Warte mal! Bei dir ist da irgendwo was! Ja, friss deine eigene FAD, du! Loll! Der kommt da hoch, der Juggernaut! Loll! Ich weiß, die kommen da hoch, ne? Ja, Mann! Hat... Hat die eine Hülle auch gemacht? Oh, der hat... Oh nein! Juggernaut! Warte! Stop! Loll! Der schießt! Der hat sich jetzt verloren! Ja! Das ist weiter! Weg hier! Oh, schnell weg! Ich hab einfach mal einen Flash geworfen! Oh, scheiße! Warte, ich geh hinter die Deckung und baller jetzt einfach rein da! Sobald ich irgendwas sehe, was dich bewegt, dann baller ich einfach rein! Da! Harten! Was? Da kommt auch noch von links! Ja, zwei! Jo, mach mal von da! Alter, ist das ein Juggernaut? Ja! Das ist ein Juggernaut! Doch nicht! Das ist noch einer! Wow! Das ist aber nicht! Doch nicht! Doch! Oh mein Gott, alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Klick, klick, klick! Mach das hier! Das macht klick, klack! So, ich nehme jetzt endlich mal ne Predator-Rakete mit! Und ich das auch noch mal auf so ne Strapazen einlassen müssen! Hahaha! Ist ja auch witzig, ich habe jetzt genau auf der FAD 100 Schuss und auf der Scarlett 100 Schuss! Und nachfüllen! Alter, ist das Hardcore gewesen! Oh ja! Naja, Flashgranaten hab ich bei, falls das wieder ein bisschen... hier wird! Ach, und als Info, ich war genau, dass kann man mit 10 C4 killen! Zehn Stück? Ja! Beinmal! Echt? Ja! Ja! Mach das mal! Scheißliche Klemmer! Ja! Leg auch 10 C4s auf einen Fleck mal so ganz schnell! Ohohoho! Ich treff ihn nicht einmal! Kann ja wohl nicht wahr sein! Einer wollte diese verfickte Leiter! Ohohoho! Oh, jetzt reizt mir! Wurz' er! Ich bin leer geschossen! Hä? Ich mach ne... Ich aktivier die Pilater-Rakete und... Schießen tut das aber nicht! Wir sind leer geschossen! Lol, halbe Juggernauts sind hier! Auffassen! Ja, ja, ich hab hier schon ziemlich zu tun hier... Ja, ich hab dich doch geflasht, ey! Ich hab dich doch geflasht, ey! Ich hab dich doch geflasht, ey! Oh! Nee, nee! Geh weg, Alter! Geh weg! Oder komm hier rein, ey! Ich hab eine Pilater-Rakete! Ich weiß noch grad noch ein paar! Toll! Ach komm, ey! Geht ihr noch? Wuh! 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 So, Oli! Jetzt Schalldämpfer noch, wa? Ja! Ja! Muss ich ja richtig springen! Hey, komm! Stopp! Ach stimmt ja, das ist ja der Singleplayer! Du kannst ja nämlich so auch rauf! Guck mal! Ohne darauf zu springen! Was der Multiplayer ja nicht kannst! Ah ja, man kann auch hier über zu... weit springen! Ja! Ich weiß, das ist voll lustig! Ganz übel so rum und lätschen! Ich glaub jetzt einfach mal hier liegen! Weitlicher Helikopter im Anflug! Ja! Puh! Oh! Du hast den Clamer schon wieder! Klick! Boom! Oh nein! Oh nein! Die kommt zu mir! Nein! Achtung! Weitlicher Clamer aus bei ihrer Position! Aua! Und! Geweckt! Ah! Knacks! Oh, 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 oh! Sehviel Hund, Sehviel Hund! Wirse! Sehviel Hund! Schon wieder ein Hund! Geh weg! Ich hab die AAZ6 untergeholt! Nice! Sie multivayer AAZ6 machen! Hey, Drecksköhle! Äh, Köle! Drecksköhle! Alter, es ist ja hier wirklich... Das lag bei mir Zu viele Gegner! Mein TPU ist übelst ausgerastet, der brummt wie so ein Bär. Jaa, ey, dieser Haltwerkernacht, die gehen mir nicht so auf den Griff. Aua! Hinter uns, muss aufpassen, hinter uns rechts, auf der... ...Jagern auf dem Messer, ich hab lange, bis er stirbt. Drei Messerstiche. Au, hört doch mal auf, durchs Fender zu schießen, ihr habt gar nicht das Recht dazu. Oh! Oh! Ich blute wie meiner... Oh Gott, oh Gott. Wollt grad'n Spruch heißen, aber das ist ja gar nicht... Aaaaaaah! Wies, mit der Karte kannst du gar nicht sprayen! Oh! Was haben die für Waffen? Pff, PM9, warum auch immer. Meine Frise, ey, ist das ekelhaft. Oh, kurz ein paar Ton aufstocken? Sag mal, wie lange schwimmen wir eigentlich schon? Eine halbe Stunde, warte, ich guck mal kurz. 49 Minuten. Huiiii! Na, plus Fail-Aufnahme noch. Also, 45 Minuten vielleicht. Haha. Sobald wir hier auf 5 Minuten lang gefällt haben. Oh Mann, jeder Runde Hubschrauber. Hunde, Hubschrauber. Wir gehen zu dir ins Haus. Ja, guck mal her hier. Mach den einen Eingang, dann wollen wir erst den anderen. Aua, 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 aua. Aua, der Hund ist ja schon hinter mir. Aaaaah! Irgendwas beißt mich. So, ich helf dir jetzt. Lohle! Der Heinz schießt da ins Loch rein! Der schießt ins Haus! Ja, der schießt verschiedene Lücken. Das ist wie der Feind. Der Hund kommt runter von hier. Komm mal so. Wir sind hier überall, Mann. Ich wisse. Hast du, äh, Benebungen? Echt? Wie komm ich auf den Stand? Komm schon wieder in der Hund und beißt mir die Kehle! Mach ich denn das! Scheiße! Ich helf dir! Rambo! Scheiße! Bist du auch dort? Ja, ich will. Schau, wie das alles explodiert. Jetzt bin ich tot. Naja. Bis 2020, Leute. Und wir sehen uns zur nächsten Map. Willst du was sagen? Nö. Okay, dann. Tschö!